Okay. Ähm, sind wir ernsthaft hier stehen geblieben? Ist es richtig? Dieser Lame. Kann ich gleich wieder einen Cut machen. Bis gleich. So, jetzt aber. Die Überraschung. Ach stimmt, wir waren ja hier, um unsere Eltern zu treffen. Muhaha. Endlich. Ist dunkel. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Konfetti ist das Wichtigste. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Kann ich das mitnehmen? Nein. Schale. Wen hat's gewundert? Also wen wundert, oder? Ja, wen überrascht ist, aber so. What the fool? Also ich kann ja einfach raus. What the? Sniperviech. So. Kann ich mich, oh Gott, hier ran, kann ich mich auch noch erinnern. Ah, oh Gott, oh Gott. Siehst du, der sieht mich ernsthaft von da hinten, gell? Ist ja ziemlich lame. Tö, 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 tö. Er ist so oft. Oh, jetzt muss ich erstmal einen Überblick verschaffen, also. Blank. Das kann man machen. Müssen wir da rüber? Müssen wir da rüber? Hm. Andere Frage. Also ich brauche auf jeden Fall so einen Würfel, wie denn? Nee. Ich brauche auf jeden Fall... Hm, hm, hm. Würfel, wie der oben wahrscheinlich rauskommen wird. Aber von wo? Ja, das ist natürlich nice. Endsatz. Ich kann mit diesem Raum gerade überhaupt nichts anfangen. Null. Hm. Hm. Okay. Hm, 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 hm. Das ist gerade ziemlich scheiße, ich weiß. Hm. Einfach da so? Waaah. Dann würde ich wahrscheinlich da hinten hinkommen und könnte den ausschalten. Mal gucken. Hm. Hm. Auch lustig. Äh. Lol. Nee. Hä? Hä? Ach, scheiße. Das ist ja echt... Tut mir jetzt echt leid, aber... Du da hinten bist... Ah, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Du stehst da gar nicht da ganz hinten, du stehst nur an der anderen Seite. Okay, damit kann ich arbeiten. Hörst du auf? Damit kann ich irgendwie arbeiten. Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Hm? Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Okay, ganz blöd. So, nö. Bin ich wirklich so blöd? Kann das sein? Oh Gott, ja. Peinigt mich. Schlagt mich. Sonst was. Hm. Jetzt kommt der da raus und fliegt da rüber. Ähm. Ah, okay. Flop. Flop. Wenn ich's richtig gemacht habe, haben wir jetzt zwei Würfel. Jawohl. Ach Gott, da... Aber dafür habe ich auch ewig gebraucht, um das zu verstehen, dass ich mich einfach rüberhauen kann. Ah. Okay. Dann wieder ein bisschen für Schutzsorgen. Gut. Ähm. Mein erstes Hauptanliegen wird sein, den Turrent da hinten mal auszuschalten. Hm. Uff. Ich bin ein Depp. Okay. Das... Das machen wir einfach so. Hm. Wozu hat man die Portale? Ja, um sich da reinzustürzen, ist klar. Flop. 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 Der Würfel hackt grad'n bisschen. Äh. Ich stelle mich auch grad'n wieder an wie... Hallo? Es glitscht und backt. Oh. Meine Güte. Hast du eine schwere Geburt. Okay. Ähm. Jetzt müssen wir's... Wie müssen wir's denn jetzt machen? Ha, 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 ha. Also... Ich denke mal, auf jeden Fall irgendwie hier so durch. Hm. Okay. Wir haben... Die nicht auf einer Reihe. Wir haben... Hm. So. Ich denke... Ich denke mal... Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Muss der hier so laufen. Das sind dann schon mal... Drei Stück. Ja, ich könnte doch einfach so machen. Ich tue den hier weiter hier hinter. Und... Ich stelle mich jetzt mal daher. Und mach das hier so. Dann müsste es eigentlich auch auf sein, oder? Nö. Hä? Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Liegen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in kalte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein da rum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mache gerade Pause, Kumpel. Pause. Ah! Alter, du, ich nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht... ...zu engstirrlich wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch fünf Kammern. Fünf Kammern noch, okay. Also, fünf Kammern und dann sind wir endlich frei. Ähm, ja. So lang hat das LP dann doch nicht gehalten. Hm, schade, schade. Ich dachte, es würde ein bisschen länger halten, aber... ...nach ja. Anscheinend, ja doch nicht. Hm. Egal. Wo ich mir halt sofort ein anderes einfallen lassen. Ah, Ruhe. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ach ja. Ach, ich finde es jetzt toll, dass es jetzt schon ruhig ist. Weil ich habe mir gerade vom... Ähm... ...vom, wie heißt der? E-Mero, genau. Habe ich mir gerade die ganzen, ähm... ...Super Mario World Hex angeguckt. Äh, es ist jetzt nicht wie am E-Mero, aber... ...doch, ist es eigentlich. Ne, ich finde es... ...ne, ich finde es... ...einfach so Hex, finde ich einfach irgendwie geil. Also ich finde die echt cool. Nur... Alter. Ist ein gekreischelt. Das geht mir manchmal so auf dem Zeiger, das ist Wahnsinn. Bist du irgendwie kaputt? Ah, schön. So. Hm? Weiter. Ah! Sehr schön. Eine... ...portable... ...wand. Ah, Hilfe! Okay, das muss da hin. Ist das ernsthaft mit Putter? Das schaut ein bisschen falsch aus, aber... Naja. Ja, komm. Bin ich dagegen gerannt. Ha. So. Ne. Hä? Also da hoch komme ich schon mal nicht. Hm. Ist doch irgendwie falsch, oder? Hm. Hm, 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 hm. Was ist denn hier oben? Hier ist auch so ein Ding, das man aktivieren soll. Und hier ist so gleich der Ausgang. Ne, da ist drüben... Hä? ...verwirr mich nicht. Ach, hier bin ich reingekommen. Ah, scheiße. Okay. Da drüben bin ich ja hin, ne? Hm, hm. Hm, nee. Was ist hier oben? Hier oben ist noch ein Würfel gewesen, ne? Ja. Hier oben war noch ein Würfel. Sehr gut. Die machen mir auch ein bisschen Angst. Da ist auch noch ein Würfel. Komm ich da irgendwie einfach so ran? Ich glaub, weniger, oder? Hm. Schade. Gut, was kann man jetzt mit diesem Würfel anfangen? Wir müssen irgendwie da drüben hoch. Das ist eh klar. Also. Ah, okay. Ich... Ja, ich hab's, glaub ich, herausgefunden. Kann das auch ein bisschen an die Seite hin? Nein, 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 nein. Ich will das doch nicht so... Ah, fix. Ich will das doch nur... ...rauf. Hm. Komm ich da nicht so an die Seite hin? Scheiße. Hm. Ach so. No. Bullshit. Blum. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt hab ich gemeint mit, ich bin kein Oberpro in Portal, weil ich immer ein bisschen brauche, um die... Uaaaaah. Offensichtlichsten Dinge herauszufinden. Aber sonst wäre es ja auch irgendwo langweilig. Hm. Blum. Okay. Dann sind wir jetzt da oben. Ne, halt. Ähm. Ich kann, glaub ich, auch folgendes machen. Äh. Blau kommt es da drüben hin. Nein. Aber fast. Aber fast. Jetzt kommt... Oh. Ah. Orange kommt es da hin. Ich seh' nix. Hä? Hä? Hab ich jetzt... Liegt der noch da? Der Würfel ist aber weg. Ähm. Ah. Da liegt er. Hallo. Na. Mir geht's. Ach. Ja. Mir geht's auch ganz gut. Da hoch. Dumm. 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 Ich hab mir früher immer gedacht, es fehlt eigentlich die Portalmusik. Also Musik bei Portal, aber das wäre irgendwie... Ziemlicher Bullshit, hab ich mir dann gedacht. Hm. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Hm. Für wen? Wahrscheinlich nicht für mich. Ja. Jo. Und weiter geht's. Da-da-da-da. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Oh ja. Super. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Total. Also ich finde sie schaut auch total gut aus. Mit diesem, äh, wunderschönen Weiß hier. Ähm, ja. Nee. Nee, ernsthaft? Das schaut doch scheiße aus. Bäh. Bäh. Nicht schön. Kann man die kaputt machen? Ach. Pff. Ähm. Okay. Was müssen wir eigentlich machen? Erstmal gucken. Gucken, gucken. Auch nee, ne? Okay. Das war, ja, der Müll. Gut. Da konnte man, glaube ich, mit einem konnte man, glaube ich, gleich zwei machen. Nee, konnte man nicht. Ich glaube, man musste auch den da hinten hin machen. Da hin. Genau. Ähm. Hm. Da, di, di, da, di, da, di, da. Ähm. Das ist aber sehr knapp. Ach, komm. Das kann man doch gelten lassen. Scheißdruck. Flup. Au, 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 au. Au, au, au. Nicht nett. Ich wiederhole. Nicht nett. Hm. Ernsthaft? Geht es nicht, dass ich das noch weiter... Nee, das geht nicht. Oh, scheiße. Und das wird dann links rüber geht auch nicht, gell? Nee. Das missfällt mir jetzt ein bisschen. Halt, ich glaube, das war auch gar nicht das, was man machen musste. Ich glaube, man musste auch hier das Portal hinsetzen, kann das sein. Aha. Das wäre... Boah. Hilfe. Ich habe es gebrutzelt. Na, Gott. Das wäre, glaube ich... Gehst du mal jetzt rein? Och, Mann. Das wäre, glaube ich, irgendwie leichter. Äh, total einfach. Scheiße. Ähm. Ach nee, halt. Der... Oh, der da hinten geht doch in den anderen schon rein. Jetzt muss ich hier den ja noch... Da drauf passen. Genau. Und perfekt. Offen. Außen rum gehen. So. Diese Test kann man sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Wieso bist du da noch da? Hm? Das ist die Frage. Ich überlege gerade. Ich habe eigentlich so... Um zehn nach war eigentlich der Part zu Ende. Ich gucke mal, so wie immer. Wahrscheinlich bin ich wieder erst bei zehn Minuten oder so ein Schmarrn. Obwohl, ich habe mich bei dem einen eigentlich sehr lange aufgehalten. Ha, muss ich mal gucken. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Yay! Konfetti! Die guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Hm. Das ist aber lieb. Ich gucke jetzt erstmal, wie lange wir schon aufgenommen haben. Bis gleich. Tatsache. 18 Minuten. Boah. Ich dachte, das wäre wieder so wenig. Naja. Aber welche Überraschung das ist, sehen wir erst im nächsten Part. Gut, dann sage ich mir, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und immer schön weiter empfehlen. Daumen hoch für niemanden. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Gaber. Tschüss, tschüss.